Okay Freunde, wie bekommt man eigentlich wirklich mehr RP in Ranked? Und logischerweise hängt das einfach extrem krass von eurer Spielweise ab. Es gibt also jetzt nicht diesen Eintritt, wie man doppelt RP bekommt, es hängt wirklich zu 100% von eurer Spielweise ab. Und Freunde, ihr wisst es, viele von euch kennen mich mittlerweile, ich hab einfach Bock immer richtig hart rein zu pushen, ich hab Bock immer dementsprechend richtig in die Third Party rein zu gehen. Und wenn ich schon zwei Teams hinter mir sehe, ist es mir egal, ich renne trotzdem nach vorne, weil ich will einfach ständig fighten. Aber dieses ganze Mindset muss man wirklich mal komplett nach hinten wegpacken, wenn man in der Season 15 wirklich Erfolg haben will. Ranked gefühlt wird immer schwerer und logischerweise durch die Änderungen, durch diese krassen Änderungen, die wir in Season 13 hatten, ist Ranked nicht mehr das, was es mal früher war. Man muss also schon in den unteren Edos, und ich rede jetzt hier schon von Gold und von Platin, muss man einfach schon relativ taktisch rangehen. Ich hab euch jetzt hier einfach mal zwei Gameplays aufgenommen, da bin ich von Gold zu Platin gewandert, Gold 1 Gameplay und dann nochmal von Gold 1 zu Platin. Und ich habe einfach zwei richtig geile Randoms gefunden, habe denen direkt am Ende gesagt, Leute ladet mich mal ein, das haben sie auch direkt getan. Das heißt also Nummer 1, ich sage mal, seid nicht schüchtern, wenn ihr gute Mates habt, probiert gleich euch zu involvieren, probiert die gleich auf eure Seite zu ziehen, dass ihr wirklich mehrere Games mit ihnen zockt, weil wenn die Harmonie stimmt, dann laufen auch die Games besser. Und Nummer 2, was ich relativ stark probiert habe, ist, ich bin nicht so oft mit deren Meinungen konfirmen gegangen, das heißt also, öfters sind die dumm reingepusht, oder nicht dumm reingepusht, öfters sind die reingepusht, wo ich nicht reingepusht wäre, und öfters haben sie Wege genommen, die ich nicht genommen hätte. Aber ich habe mir gesagt, okay, scheiß drauf, wir spielen hier einfach As on As, ich will die ganze Zeit bei denen bleiben, damit wir nicht großartig separiert werden, und damit wir eigentlich eine hauptsächlich große Chance haben, dass wir die ganze Zeit wirklich im Teamverbund spielen können. Am Ende, beim letzten Gameplay, sieht man auch, wie ich einmal ein bisschen zurückgefallen bin, Einer von denen ist sofort genockt worden, und dann wurde die ganze Situation richtig, und zwar richtig blarenzlich, aber wie ich das gecarried habe, seht ihr am Ende des Videos, Freunde. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, es ist völlig kostenlos, es unterstützt mich, wenn Bock auf Livestreams hat, unten ist der Twitch schon flinkt, und denkt dran, im Ranked wollt ihr wirklich As on As spielen. Das ist die hauptsächliche, hauptsächliche Quintessenz dieses Video. As on As, dann bekommt ihr mehr IP. Also, ne, er redet, der eine redet nicht so viel, scheinen aber ihre Schüsse zu treffen, der ist da gut reingepusht, hat die Situation richtig hackern, schön gefab-partiet. Das könnte doch eine interessante Runde werden. Ulti angemacht, um einfach ein bisschen Overview zu bekommen, und sie steht halt richtig geil in meiner Schussbahn. 160 und Flatline. Flatline. Rack them all, pretty much. Ja, ich glaube, den Fight habe ich dann doch ganz gut eingeleitet. Ein bisschen verschissen gerade. Ruhig, 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 ruhig. Phoenixing? Ah, ich komme nicht hoch, das Pad ist da oben. Ist egal, rein da, rein da, rein da. Müssen dem Team helfen, richtig und wichtig. Aber ich denke mal... Ich habe einen, ein HP von einem hier. Ich habe einen Genie. Hier, ich habe einen Marken. Hörst. Schill, 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 schill. Ruhig. Du hast ein Heechild? Hm, nicht. Ich habe einen, ich denke. Das war doch ganz knackig und die beiden, wie gesagt, kennen auch was. Ich bin, ich glaube, das könnte eine gute Runde werden. I think so. I think so, guys. So, ey, der eine hat sich hier oben versteckt. Naja, die Broodys kennen halt jetzt schon richtig krass die Spots, ne? Hab ich überhaupt nicht dran gedacht, dass da irgendjemand rumpimmelt. So, aus die Maus. Alles war schön gespielt. Einfach seitlich durch. Einfach seitlich durch die Granaten. Sie konnte nichts machen, obwohl sie völlig überrumpelt. Genial. Hat sie auch gut gemacht, ne, mit der Sheila. Aber trotzdem keine Chance gehabt. Da fällt er doch ein paar ordentlich rein. Sieben Squats immer noch. Das ist echt viel für die Zone. Alles voll gesmoged. Genau so will ich das haben. Guck mal. Und guck's euch an. Ach, Digger. Was soll ich euch sagen? War Bloodhound for the win. Bloodhound for the win. So, und der. Kleiner, kleiner, kleiner Kröchter. Ist der in der Luft stehen geblieben, oder bin ich jetzt blöd gewesen? Kleiner Kröchter, die. Kann er wohl nicht angehen. 240 Punkte, sieben Kills. So will ich's haben. Hab ich's doch, hab ich's doch richtig gemerkt, dass hier irgendjemand noch rumkröchtert hat. Ich dacht's mir einfach. Ich will wipen hier auch wirklich die Lobby durch. Ey, tausend Schaden und sieben Kills. Das ist eigentlich viel zu viel. Ich hab's ja am Anfang gechalkt. Very low, like 20 HP. Was ist das denn? Na, die wollen nicht so einfach sterben. Oh, einer's nocht schon. Oh, das hat's, Digga, das hat doch gar keinen Sinn zu rennen. Du bist doch sowieso das zweite Team. Okay, dann renn halt weg, so whatever. Ach, man, du dummer Idiot, Alter. Ich dachte, richtig schön, ich kann ihn jetzt hier über die Seite bekommen. Oh, I think he put the heat shield down. Geht das hin? Ja, gut, schön. You should invite me, guys. Zack, 487. So will ich's sehen. Ganz schnell Richtung Platin. Guck mal, da kommt auch schon direkt die Party-Einladung. Und weiter geht der Hase. Knock one, knock one. Nein, genau in dem Moment, Alter, musste das sein. Okay, alle down. Man, genau in dem Moment, wo ich hochrenne, ne, kriegt sie mich. Bad luck, aber egal. Okay, geht halt trotzdem alles noch zu unseren Gunsten. Okay, guck mal, jetzt nehmen zum Beispiel nur noch sieben Teams. Und das bei dieser Riesensauen. Daran erkennt man, dass die Runde gerade eben, dass da wahrscheinlich eher schlechtere Leute drin gewesen sind, als jetzt. Weil jetzt meldet halt ein Team nach dem anderen, ein Team nach dem anderen aus, weil sie halt alles einfach gute Spieler sind. Und die beiden Broodys sind ja auch Silber und ich bin Gold 1, ganz kurz vor Platin. Na, das heißt also, die haben wahrscheinlich sowieso schon ein paar gute Games hinter sich. Das heißt also, als Silberspieler werden die hier in Gold- und Platin-Lobbys eindegradiert. Daran sieht man auch wieder, dass das Gables Matchmaking wieder perfekt funktioniert, na. Hm, der war doch schon mal nicht schlecht. So, auch down. Die armen Jungs, Alter. Auch wieder down. Ich weiß überhaupt nicht, wo hier irgendjemand ist. Sauberes Ding. Ach, die armen, ne. Gerade mit dem Feind fertig gewesen, ey, dann kommt ihr. Ist auch immer so mies. Aber so läuft's, Leute. So läuft's, so läuft's. Oh, ich bin der Kehlspitzenweiter. Looking pretty good, am I right? Yeah, hallo. Gott, der hat vier Kills und 600 Schaden. Das ist, ah. Das hat Ranked, na. Oh, lol. Was macht die denn, die, Alter? Exactly, behind me. Sie sprinten einfach die Sauen. Knocked tot? No. It's the last team on you. Fuck. How many? How many? Knocked one. Knocked one, dude. Nice. Ich hab richtig hart gechockt. Crack, 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 Crack. She's low, she's low, she's low. GG's. Alter, selbst er hat gesagt, der Typ ist insane. Zum Glück bin ich da wirklich von der Seite geflankt. Aber ich hab leider verschissen. Ich hätt die Valkyrie knocken müssen. Da hab ich auch ein bisschen gechockt mit Mame, aber dennoch. Trotzdem hatte ich sehr gutes Aim. GG's. So läuft's, Alter. Mit zwei guten Mitspielern. Boah. Aber da waren sie sich auch wieder zu sicher, ne? Weil ich weg war, sind einfach reingrampfen und so, oh, das Guy ist insane. Das kann das ganze Spiel richtig versorgen, wenn man das einfach, wenn er jetzt da umgewiesen wäre, die hätten das nochmal sauberer und hier runtergespielt. Aber gut. Aber okay. 469 und abricht im Platin. Let's go. Okay, ich hab mein ganzes Bildschirm vorgespuckt. ahaha. Haha.